Herzlich Willkommen bei Niklas 11 und 12. Es ist nun an der Zeit für ein AMD vs. NVIDIA Grafikkarten Battle. Viele Leute haben nach diesem Video verlangt und somit habe ich mich dafür entschieden, ein solches auch zu machen. In diesem bestimmten Video werden wir uns nur die Spieleleistung ansehen. Wenn ihr synthetische Benchmarks sehen wollt, dann schaut euch einfach die AMD vs. NVIDIA Benchmarks Version dieses Videos an. Dann ist auch noch die Leistungsversion, die den Stromverbrauch beinhaltet. In diesen Videos zeige ich euch zwei Bildschirme auf beiden Seiten mit identischen Systemen, außer der GPU. Eine GPU wäre die AMD Radeon R9 92X und die andere die NVIDIA GeForce GTX 87. Als CPU werde ich den Intel Core i7 4770K Prozessor verwenden. Zu beachten ist bitte, ich bin hier nicht derjenige, der beurteilt, welche Grafikkarte die bessere ist. Alles was ich hier mache ist, euch die Testprozedur so gut wie nur möglich zu zeigen. Am Ende entscheidet ihr, welche Grafikkarte die Gewinnerin ist. Viel Spaß! Am Ende entscheidet ihr, welche Grafikkarte die Gewinnerin ist. Am Ende entscheidet ihr, welche Grafikkarte die Gewinnerin ist. Bis Creatinerien Am Ende pamiętaje Am Ende calibration- Am Ende pamiętaje Am Ende pamiętaje Musik 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 ... Music Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.